Macher. Wir alle machen qualitativ hochwertige Produkte. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt funktioniert die Produktionskette so effizient wie möglich. In einer Kreislaufwirtschaft wollen wir an intelligenteren Abläufen arbeiten. Wiederverwendung ist dabei essentiell. Rohstoffe wiederverwerten, aber auch Restprodukte aufwerten. Vielleicht wird der Abfall von deinem Unternehmen so zu einem Grundstoff für ein neues Produkt. Deshalb präsentieren wir Wonderful Stream. Ein Interrecht-Projekt in der Euregio Maas Rhein, womit wir Unternehmen mit ihren Restprodukten abbilden wollen. Denn all diese Materialien sind Zündstoff für neue Ideen. Wonderful Stream verbindet kleine und mittelgroße Unternehmen mit Designern, Ingenieuren und Unternehmensentwicklern, um Reststoffe in neue Materialien und Anwendungen zu verwandeln. Das, was du nicht mehr brauchst, wird dann wieder wichtig. Und so gewinnen wir alle. Dein Reststoff mag trivial erscheinen, könnte sich aber vielleicht doch noch als nützlich erweisen. Lass uns zusammenarbeiten. Weitere Infos findest du unter www.wonderful.stream